Auch im bislang verrücktesten Spiel der Bundesliga-Saison, hat der VfL Wolfsburg nicht gewinnen können. Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Niedersachsen am Sonntag mit einem 3 zu 3, 2 zu 1, gegen Hertha BSC benügen, und kamen unter ihrem Trainer Martin Schmidt zum siebten Unentschieden im siebten Spiel. Sie verpassten am elften Spieltag damit den Sprung aus der Gefahrenzone. Das schnellste Tor der Saison durch den Berliner Vedat Ibiseweg nach 20 Sekunden, zwei aberkannte VfL-Treffer nach Videobeweis und ein verschossener Full-Elfmeter durch Mario Gomez schienen die Wolfsburger nicht zu beeindrucken. Jonas Mali, 41. Und Gomez, 44. Drehten die Partie noch vor der Pause? Herr Taskarim Rekig, 53. Licht zwar aus, doch die Wok-Origi traf erneut für Wolfsburg, 60. Zur Führung. Der eingewechselte Daffi Selke, 84. Zerstörte dann die Hoffnung der Wölfe auf den ersten Heimsieg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017